Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Food Haul von mir. Wir kommen gerade von unserem Wocheneinkauf und ich dachte mir, der letzte ist schon ziemlich lange her. Mein Schwesterherz hat auch schon gesagt, du musst mal wieder einen drehen. Und deswegen zeige ich euch heute, was wir eingekauft haben. Wir waren heute im Lidl und haben nicht ganz so viel gebraucht, weil wir einfach noch ein paar Sachen da haben. Also zum Beispiel Fisch wollen wir machen, den haben wir noch da. Dann Würstchen für Würstchen-Gulasch mit Reis und Sachen für Pesto-Nudeln. Ja, das waren so die Sachen, die wir noch da haben. Also brauchten wir noch ungefähr so vier Gerichte. Und wir haben jetzt 85 Euro bezahlt, aber da kam auch ein bisschen was anderes mit. Also so 20 muss man da abziehen. Also rein fürs Essen ungefähr 65 Euro. Hier haben wir einmal Wiener Würstchen für einen Eintopf, nämlich einen Bohneneintopf. Die Bohnen dafür haben wir aber schon daheim. Dann einmal Instant-Nudeln. Das war nämlich Asiatische Woche im Lidl. Vegetarisch finde ich super, so für zwischendurch. Kann man immer mal zu Hause haben. Oder wenn der Heißhunger drauf kommt, auch sehr praktisch, wenn man es schon da hat. Dann einmal mehr Korntoastbrötchen. Einmal Kartoffeln. Einmal Bananejoghurt hier mit Schokoflakes. Vielleicht wüsst ihr es noch, dass ich die zwischendurch sehr, sehr gerne esse. Dann einmal Sojasauce. Unsere ist nämlich fast leer. Und wenn wir so chinesische Nudeln kochen, dann machen wir das immer frisch. Und da darf die auf jeden Fall nicht fehlen. Dann geht es hier weiter mit Glasnudeln. Glasnudeln haben wir zweimal mitgenommen. Ist auch super, super lecker. So in eine Suppe rein. Und hier eben diese Wokennudeln. Dann einmal Kräuterquark. Hier haben wir getrocknete Petersilie. Und Schnittlauch. So zum Kochen finde ich es ganz praktisch. Mir fehlt ein bisschen die Puste. Das tut mir leid. Das liegt am dicken Babybauch. Dann einmal Rama-Creme-Fien. Beziehungsweise gleich vierfach. Das habe ich das letzte Mal mal ausprobiert. Und fand es echt super. Und jetzt war das gerade reduziert. Und das hält sich auch, glaube ich, bis Dezember. Von dem haben wir gerade ein paar mitgenommen. Dann haben wir hier Aufschnitt. Einmal Salami. Einmal Bärchenwurst. Für Milena für den Kindergarten. Einmal Schinken. Und einmal Mortadella. Hier haben wir solche Waffeln. Die finde ich ganz praktisch. So für unterwegs. Zwischendurch. Falls mal Besuch kommt oder so. Dann hat man was da. Dann Schokomüsli esse ich so, so gerne in der Schwangerschaft. Dann, was leider auch jetzt gerade eine absolute Sucht ist, ist so ein trockener Kuchen. Ich brauche immer welchen zu Hause. Und da ist diesmal einfach mal so ein Marzipan mitgekommen. Dann haben wir hier hinten Himbeerblätter. Das ist jetzt für Himbeerblättertee, weil ich den jetzt anfange zu trinken in der Schwangerschaft. Der ist allerdings aus der Apotheke. Dann haben wir einmal Pfirsiche, einmal Nektarinen mitgenommen. Hier so kleine Snackgurken für Milena. Die liebt sie total. Auch genauso die Snackmöhren. Hier haben wir eine große Gurke für Salat oder so zwischendurch. Dann einmal Weintrauben. Einmal Vollkorntoast. Dann habe ich die ersten Mandarinen entdeckt. Richtig toll. Ich liebe Mandarinen. Und jetzt haben wir ja sowieso tolles Herbstwetter. Da war das echt super. Dann einmal Tomaten. Da haben wir so einen Mädchen-Regenanzug mitgenommen. 110, 116 ist noch ein bisschen groß, aber dann hält es ein bisschen länger. Für den Kindergarten braucht das jetzt was Neues. Dann einmal Paprika für Gulasch. Hier haben wir Smarties und Gummibärchen. Damit verziehe ich so kleine Küchlein für den Kindergarten, dann für Milenas Geburtstag. Hier haben wir das Gulasch, das Rindergulasch. Und das haben wir auch entdeckt. Das ist hier so piedig. Ich wollte schon lange mal frisch probieren. Beim Dönerladen habe ich noch nie. Und das fanden wir irgendwie beide ziemlich ansprechend. Deswegen ist es mitgekommen. Und dann einmal noch Eier. Da haben wir noch ein paar Flaschen stilles Wasser mitgenommen. Das trinke ich jetzt in letzter Zeit lieber als Mineralwasser. Das haben wir aber auch gekauft. Ein Sixpack ist allerdings noch im Auto. Und ein Kartonmilch hat Lucci auch noch mitgenommen. Ich trinke keine Milch, aber er trinkt sehr gerne Kakao und Milena auch. Und da brauchen wir Milch. Genau. Das war unser Wochenendkauf. Würde mich freuen, wenn vielleicht irgendeine Kochidee für euch dabei war. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und wenn ihr gerne öfter Food Hauls sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.